Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich begrüße auch dich, wenn du hier heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und heute geht es um den Unterschied zwischen Gedanken, Emotionen und Gefühlen. Ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie viele Menschen das nicht wissen, nicht verstehen, wo die genauen Unterschiede sind und noch weniger dazu in der Lage sind, damit richtig umzugehen. Warum mache ich jetzt dieses Video, obwohl ich gerade die Reihe der fünf Seelenwunden abdrehe? Aus dem einfachen Grund, mich haben jetzt aufgrund der letzten drei Videos, die ich gedreht habe, sehr viele Menschen angeschrieben und mich darum gebeten, das doch bitte einmal zu erklären. Und es ist auch meistens eins der ersten Dinge, die ich in meinen Coachings mit meinen Klienten mache. Weil man kann mit sich selber nicht arbeiten, wenn man den Unterschied nicht kennt zwischen Emotionen und Gefühlen. Das heißt, wenn auch du nicht wirklich weißt, was ist eigentlich eine Emotion, was ist ein Gefühl und wie gehe ich damit um, dann bleib jetzt unbedingt dran. Für den Anfang, wie immer, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, weil dein Like und dein Abo und deine Spende auf Paypal, das hilft mir, das hilft diesem Kanal zu wachsen und damit unterstützt du mich. Von daher danke an jeden, der mir hier weiterhilft. Emotionen, Gedanken, Gefühle, all das hängt durchaus miteinander zusammen. Ganz, ganz wichtig ist erst einmal, dass du verstehst, dass Gefühle unabhängig von unserer Wahrnehmung, unserer Bewertung in uns entstehen. Und echte Gefühle haben auch immer eine körperliche Reaktion. Sicherlich kennst du das, wenn du auf einmal einen Kloß im Hals hast oder wenn sich dein Brustkorb zusammenzieht oder wenn du Übelkeit im Magen zum Beispiel hast, wenn es dir hochkommt. Das sind körperliche Symptome, die mit einem echten Gefühl zusammenhängen. Bei Emotionen hast du oftmals auch körperliche Symptome, das liegt aber eher daran, dass hinter der Emotion ein echtes Gefühl steckt. Und da ist jetzt ein ganz, ganz schmaler Grat, das erfordert jetzt sehr viel Selbstreflexion von dir im Alltag zu bemerken, wann bin ich eigentlich emotional und wann bin ich in einem Gefühl. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind emotionale Roboter. Nicht, weil sie dumm sind, sondern einfach, weil sie unbewusst sind, weil sie es nicht besser wissen, ja, aus diesem ganz einfachen Grund. Und ich selber war auch viele, viele Jahre ein unbewusster Roboter. Ich war in meinen Emotionen und in meinen Mustern gefangen, bis ich gelernt habe, da rauszukommen. Und seitdem bin ich größtenteils tatsächlich ein Gefühlsmensch. Emotionen, kannst du dir eigentlich merken, sind immer ganz laut, können ewig ausgedehnt werden und du wirst niemals fertig werden damit. Ein echtes Gefühl, wenn du in ein echtes Gefühl hineinfühlst, kannst du das durch dich fließen lassen. Nach 5, 10, allerhöchstens 20 Minuten ist dieses echte Gefühl weg. Das ist schon mal so der erste Unterschied zwischen Emotionen und Gefühl. Dann ganz wichtig, ich habe ja gerade gesagt, Emotionen entstehen aufgrund deiner Wahrnehmung. Es gibt zwei Formen der Wahrnehmung. Es gibt die Wahrnehmung der Seele. Die hast du mit Garantie nicht, zumindest jetzt in diesem Augenblick nicht. Weil die Wahrnehmung der Seele ist immer außerhalb der Dualität und Polarität. Das heißt, deine Seele nimmt nichts als gut oder schlecht wahr. Deine Seele sieht immer das Ganze. Das heißt, deine Seele bewertet nicht. Wer bewertet denn aber? Dein Ego, dein psychologischer Verstand bewertet. Und aufgrund dieser Bewertung entstehen Emotionen. Diese Emotionen und diese Bewertung von deinem psychologischen Verstand, von deinem Ego, dienen ehrlich gesagt deinem Schutz. Du musst dir vorstellen, dass du als Kind, als Kleinkind, als Baby Situationen ausgesetzt warst, die echte Gefühle in dir erzeugt haben. Weil, wie gesagt, echte Gefühle entstehen immer ohne Wahrnehmung, ohne Bewertung. Das heißt, wenn du, was weiß ich, drei Jahre alt gewesen bist und deine Mutter ist gestorben, ist Trauer und Ohnmacht ein vollkommen normales Gefühl. Und das Problem ist aber, mit drei Jahren kannst du damit nicht adäquat umgehen. Das heißt, dieses Gefühl wird in dir eingefroren, abgespeichert und dann erst mal verdrängt. Das Verdrängen ist eine Schutzstrategie deines Egos, weil du kannst damit gerade nicht umgehen. Das heißt, das hilft dir jetzt erst einmal. Du bist noch zu klein. Du kannst damit nichts anfangen. Das Ding ist aber, nur weil es verdrängt ist, ist es nicht weg. Es ist noch da. Die Wunde ist noch da. Jetzt sorgt quasi dein Ego dafür, dass du das nicht mehr fühlen musst. Das bedeutet, es wird jetzt immer versuchen zu verhindern, zu vermeiden, dass irgendjemand im Außen da drauf drückt. Weil dein Ego versteht auch nicht, dass du älter wirst, dass du mit den Jahren immer größer wirst und dass du irgendwann dazu in der Lage sein wirst, das zu fühlen. Das heißt, wenn du als dreijähriges Kind jetzt eine Ego-Strategie entwickelt hast, ist die mit 30, 40, 50 Jahren immer noch aktiv, obwohl die eigentlich in das Alter eines Dreijährigen gehört. Wie gesagt, dein Ego weiß das nicht. Ist auch nicht schlimm. Es ist sein Job, dich zu schützen quasi. Dein Ego möchte diesen Job auch nicht aufgeben. Dein Ego möchte diesen Job behalten. Das musst du dir erst einmal merken. Das heißt, dein Ego ist entstanden, um dich zu schützen, weil du warst irgendwann überfordert. Dein Ego hat nicht mitbekommen, dass du erwachsen bist und glaubt, du schaffst es nicht, das heute auszuhalten. Ja, als 30, 40, 50-Jähriger traut es dir nicht zu. Gleichzeitig möchte dein Ego aber auch nicht, dass du da rangehst, weil dann verliert es seine Daseinsberechtigung. Es ist arbeitslos. Das möchte es auf gar keinen Fall. Das heißt, du fängst an, dich mit diesen verschiedenen Schutzstrategien, die du im Laufe der vielen Jahre entwickelt hast, zu identifizieren. Was kann das zum Beispiel sein? Es kann sein, dass du dich als einen mega liebevollen, hilfsbereiten Menschen zum Beispiel empfindest. Jetzt ist aber die Frage, ist das dein wahres Wesen oder ist das eine Ego-Schutzstrategie? Wann entsteht so eine Ego-Schutzstrategie? Wenn du so ein Mensch bist, der immer viel helfen möchte, kann es sein, dass du glaubst, nicht da sein zu dürfen, dass du dir deine Daseinsberechtigung verdienen willst? Weil wenn du das nicht mehr kannst, müsstest du Existenzangst fühlen. Das kann zum Beispiel ein Grund sein. Oder bist du ein Mensch, der nur oberflächliche Beziehungen mit anderen eingeht, der immer die anderen schön auf Abstand hält? In dem Fall kann es sein, dass du insofern irgendwann verletzt wurdest, dass du nicht wichtig genommen wurdest, dass deine Grenzen überschritten wurden, dass du in deiner Persönlichkeit, in deinem Dasein nicht als wertvoll empfunden wurdest, beziehungsweise du hast das so empfunden. Das heißt, du versuchst, dieses gebrochene Herz und diese Ablehnung und diese Demütigung in dir auf gar keinen Fall nochmal zu fühlen und hast diese Schutzstrategie. Niemand kommt mir hier zu nah. Es gibt zig, zig, zig Ego-Schutzstrategien. Wenn du nicht weißt, welche du hast und wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wie du herausfinden kannst, welche du hast, kannst du entweder zu einem Coach gehen oder, was ich dir auch provisionsfrei empfehlen möchte, zum Beispiel die Bücher von Stefanie Stahl. Das ist nicht ohne Grund ein Bestseller, da beschreibt sie unglaublich viele Ego-Schutzstrategien, wo du dich sehr wahrscheinlich wiederfinden wirst. Denn diese Selbstreflexion ist erstmal ganz wichtig. Erstmal zu verstehen, okay, ich habe bestimmte Verhaltensweisen und ich bin identifiziert damit. Diese Verhaltensweisen habe ich aber eigentlich nur, weil das Schutzstrategien sind. Und diese Schutzstrategien habe ich in meiner Kindheit entwickelt und die sorgen dafür, dass ich meine Gefühle nicht fühle. Leider verhindern diese Schutzstrategien aber auch, dass ich authentisch bin, dass ich frei von Angst, frei von Ohnmacht, frei von Trauer mein wahres Selbst leben kann. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, wer dein wahres Selbst ist, weil dein wahres Selbst kommt erst dann zu Tage, wenn all diese Ego-Schutzstrategien quasi aufgelöst wurden und wenn all die abgespeicherten Gefühle in deinem Körper oder meinetwegen im inneren Kind gefühlt wurden. Das heißt, Schritt 1, finde heraus, welche Ego-Schutzstrategien habe ich. Mach dir bewusst, okay, die dienen mir, die halten mir mein System davon ab, dass ich meine Gefühle fühle, mit denen ich in jungen Jahren überfordert war. Und heute brauche ich die nicht mehr. Das heißt, ich kann die heute nach und nach loslassen. Da sind wir beim Loslasser. Und wir sind gleichzeitig beim Gefühlsklärer, weil nachdem du die losgelassen hast, darfst du deine Gefühle klären. So, Ego-Schutzstrategien. Also du hast Ego-Schutzstrategien. Und da hängen Emotionen drin. Das bedeutet, eine Situation im Aus nicht. Ich gebe dir mal ein Bild, damit du das besser verstehst. Dein Dual oder irgendein anderer Mensch, eine Situation, es spielt gar keine Rolle. Irgendeine Situation, ein Mensch erinnert dich an eine Situation aus deiner frühen Kindheit. Theoretisch würde jetzt das alte Gefühl, was damals eingefroren wurde, angetriggert werden. Bevor du das aber auch nur ansatzweise wahrnehmen kannst, du kriegst das gar nicht mit, dass da irgendwas in dir angetriggert wurde, kommt dein Ego mit einer Emotion und mit den entsprechenden Verhaltensweisen quasi und reagiert. Du denkst da nicht darüber nach. Deswegen sage ich auch emotionaler Roboter, weil du wirst mit einer starken Emotion jetzt konfrontiert und auf diese emotionale Reaktion folgt ein automatisches Verhaltensmuster. Und hinterher sitzt du da und machst dich vielleicht sogar noch dafür fertig, dass du zu unbewusst warst, in der Sekunde zu reagieren, anders zu reagieren. Die Sache ist aber die, wir müssen uns erstmal vorher in einem neutralen Zustand möglichst bewusst machen, welche Muster wir überhaupt haben, mit welchen Emotionen diese Muster einhergehen, bevor wir unser Verhalten dann im Außen ändern können. Eckart Tolle nennt das Ganze den Schmerzkörper. Und Eckart Tolle, was ich dir ja auf jeden Fall empfehle, wenn du im Dualseelenprozess bist, sagt ja auch, wenn der Schmerzkörper schon aktiv ist, wirst du da nicht rauskommen. Das heißt, du musst vorher mitkriegen, okay, er will aktiv werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, dich davon zu befreien. Einmal über Bewusstsein. In dem Fall bist du nicht mehr damit identifiziert und kannst eingreifen. Oder eben auf therapeutischem Weg, das heißt, analysieren, was ist es, wo kommt es her, wie kann ich es lösen. Das machst du am besten mit jemand anderem zusammen, mit einem Coach oder Therapeuten, je nachdem. Wichtig ist, dass du verstehen musst, dass die Emotionen, die an deine Ego-Strategien hängen, dass das selbst erschaffene Emotionen sind. Die erschaffst du quasi durch die Bewertung der Situation im Außen. Echte Gefühle entstehen nicht durch die Bewertung im Außen. Die entstehen einfach. Das sind körperliche Reaktionen. Das ist vollkommen normal. Das kannst du dir auch nicht abtrainieren. Solange du ein Mensch bist, hast du Gefühle. Dann hast du ein echtes Gefühl der Trauer. Dann hast du ein echtes Gefühl der Angst. Dann hast du ein echtes Gefühl der Wut. Was sind unechte Gefühle? Unechte Gefühle sind Emotionen. Das heißt, ich sehe eine Situation. Diese Situation triggert mich. Ich fange an, die Situation zu bewerten. Das geht ganz schnell. Das kriegst du nicht mit. Das ist jetzt kein langsamer Ablauf, sondern es geht zack, zack, zack innerhalb weniger Sekunden. Situation im Außen könnte mich daran erinnern, an ein gebrochenes Herz zum Beispiel. So, jetzt habe ich eine Emotion, zum Beispiel Wut. Und an diese Wut, ich greife an, da hängt irgendein Verhaltensmuster dran. Das heißt, ich bin in der Reaktion, bevor ich das überhaupt bewusst gecheckt habe. Und daran weißt du schon mal, ich bin emotional. Emotional bedeutet eigentlich, du reagierst auf das Außen. Weil das Außen, das kann dir gar nichts. Wenn jetzt nicht wirklich ein Mensch vor dir steht, mit einer Waffel in der Hand und dein Leben akut bedroht, sage ich jetzt mal, kann dir nichts. Wenn ein Mensch dich kränkt, dich beleidigt, irgendetwas tut oder eben nicht tut, was dich dann verletzt, ist es nicht das Außen, das dich verletzt hat. Was dich verletzt hat, ist das, was schon seit Jahren in dir brodelt. Das heißt, wenn der Dual sich nicht bei dir meldet, hast du eine emotionale Reaktion. Das heißt, du versuchst immer mehr, den anderen dazu zu bringen, zu kontrollieren, dass er sich doch bei dir meldet. Oder du gehst selber in den Rückzug und versuchst zu analysieren, warum er sich denn jetzt nicht meldet. Oder was auch sehr, sehr häufig ist, du heulst und heulst und heulst und heulst und ertrinkst in deinen Emotionen. Auch Ablenkung, das heißt, okay, ist mir doch egal, er meldet sich nicht, ich arbeite jetzt ganz viel oder ich treffe mich jetzt ganz viel mit Freunden oder ich ziehe von Party zu Party oder ich lerne jetzt eine Sache nach dem anderen. Ich schaue mir Fernsehen an, ich höre mir ein Hörbuch nach dem anderen an und und und. Auch das wäre eine Ego-Schmerzvermeidungsstrategie. Du bist immer noch in der Emotion, wenn dein Dual etwas zu dir sagt und du merkst, dass sofort die Tränen fließen oder dass du total am Ausrasten bist, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du in einer Emotion steckst, dass du in einer emotionalen Reaktion bist. Es ist wichtig, in einem neutralen Zustand sich das mal anzusehen, weil wie gesagt, in dieser emotionalen Reaktion wirst du wahrscheinlich nicht anders handeln können. Dein ganzer Körper, dein ganzes So-Sein ist darauf konditioniert, dieser Strategie zu folgen. Das heißt, du kannst entweder davor oder danach analysieren, was ist jetzt eigentlich hier gerade passiert. Was hat ausgelöst in mir? Was hat im Außen in mir ausgelöst, dass ich jetzt so reagiert habe? Und was steht eigentlich dahinter? Oftmals so ein altes, eingefrorenes Gefühl. Woher weißt du jetzt, dass du ein echtes Gefühl hast? Ein echtes Gefühl, frei von der Wahrnehmung, von der Bewertung deines Egos. In dem Moment, wo du zum Beispiel so eine emotionale Reaktion hast, habe ich ganz häufig im Coaching, wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, was ist denn, wenn du deine Dualseele niemals wieder siehst? Geh mal in die Situation rein. Du siehst deine Dualseele niemals wieder. Die Menschen gehen da rein und fangen sofort an, wie ein Schlosshund zu heulen. Und dann sage ich, okay, stopp mal. Jetzt gehen wir mal in das Gefühl. Ich bin im Gefühl. Nein, du bist total in der Emotion. Fühl mal in deinen Körper hinein. Wo fühlst du jetzt einen Druck? Wo fühlst du jetzt einen Schmerz? Und dann merkst du richtig, wie diese Menschen aus ihrer Emotion rausgehen. Die hatten eben noch einen totalen Heukrampf. Und auf einmal das echte Gefühl in sich suchen. Das ist dann meistens hier so. Meistens im Herzbereich, Halsbereich, Bauchbereich. Und dann gehst du in jedes einzelne Gefühl rein, was da gerade wehtut. Du bist überhaupt nicht in Gedanken mit deinen Emotionen beschäftigt. Das heißt, der Heukrampf von eben ist auf einmal weg. Und dann lässt du dieses Gefühl einfach mal wachsen, gibst ihm einen Raum. Du kannst auch mit diesem Gefühl kommunizieren, wenn du das unbedingt möchtest, musst du nicht. Aber kannst du? Weil dieses echte Gefühl eigentlich reicht es, es wahrzunehmen, es da sein zu lassen und es durch sich fließen zu lassen. Du kannst aber auch, ich habe dir ja das Kind in dir muss Heimat finden empfohlen, anders vorgehen. Du kannst das Gefühl zum Beispiel aus deinem Körper herausholen, mit ihm sprechen, wo kommst du her. Dir forschen, dass das zum Beispiel ein kleines Kind ist, das Kind in den Arm nehmen, liebevoll quasi in das Herzchakra einladen oder in den Hals einladen. Das kannst du alles machen. Musst du aber nicht. Eigentlich reicht es, wenn du in dieses echte Gefühl gehst, zum Beispiel den Druck im Hals und ohne gedankliche Bewertung, also ohne Widerstand, da reinfühlst und es mal da sein lässt. Und dann wirst du merken, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich da reinfühle. Und dann dauert das, wie gesagt, vielleicht fünf Minuten, dass dieser Druck im Hals da war und auf einmal ist es weg. Und dann gehst du weiter. Und dann können natürlich auch trotzdem echte Tränen kommen. Aber dann bist du nicht mehr in diesem Emotionalen, ich heule jetzt mal zwei, drei Stunden. Ich kenne das von mir auch von viel, viel früher. Wenn du dann irgendeine Situation hast und du hast stundenlang deswegen geheult und einen riesen Fass aufgemacht. Ich war davon auch nicht frei. Bis ich gelernt habe, okay, ich bin jetzt hier gerade total emotional. Ich habe keine Lust mehr darauf. Das heißt, ich setze mich jetzt mal hin und in meiner Emotion suche ich jetzt mal, wo tut es eigentlich gerade weh. Oftmals war es das Herz, oftmals war es der Bauch, oftmals war es der Hals. Und wenn du da reingehst, bist du in dem echten Gefühl. Du musst das nicht mal benennen. Du musst nicht mal analysieren. Wo kommt es her? Was ist das jetzt eigentlich? Was will es mir sagen? Das kannst du, musst du aber nicht. Es reicht da reinzugehen. Und dann weißt du auf einmal, okay, jetzt bin ich im Gefühl. Weil das davor, das ist Emotion. Das kannst du ewig machen. Und das ist auch häufig einer der Gründe, warum die Menschen in ihrem Prozess nicht weiterkommen. Weil sie ewig in ihren Emotionen stecken bleiben und in ihren gewohnten Verhaltensmustern. Die Sache ist die, mit dem Ego brauchst du nicht großartig zu arbeiten. Es reicht ein bisschen damit zu arbeiten, aber nicht großartig. Das hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Weil dein Ego, ich sage es mal so, wenn eine Schutzstrategie verschwindet, im Zweifelsfall kommt eine neue. Ja, es kann auch sein, dass du im Erwachsenenalter auf einmal ganz neue Schutzstrategien entwickelst, die nicht aus deiner Kindheit stammen. Weil dein Ego ist auf Überleben aus. Dein Ego will der Boss bleiben. Und wenn du aber immer wieder ins Gefühl gehst, in das echte Gefühl, dann verliert dein Ego seinen Job. Es hat keinen Grund mehr ständig zu reagieren. Und du wirst dann auch merken, wenn du dann das jeweilige Gefühl in Heilung gebracht hast, befreit hast, dann wirst du merken, dass die Situation, die dich gestern noch zum Heulen gebracht hat, heute gar nichts mehr mit dir macht. Wir regen uns niemals über das Außen auf. Wir regen uns immer darüber auf, was das Außen mit uns macht. Ja, das ist meistens unser Problem. Das Außen tut etwas. Das löst in uns ein unangenehmes Gefühl, sage ich jetzt mal aus. Wir können damit nicht umgehen. Also kommt jetzt eine Emotion und eine Reaktion. Und das ist das Problem. Das heißt, dein Außen ist nie dein Problem. Dein Dual ist nie dein Problem. Es ist deine Reaktion. Und das ist im Übrigen auch der Schlüssel im Prozess, weil du darfst lernen, deine Gefühle zu klären. Und du darfst lernen, die Anhaftung von deinem Ego loszulassen. Wenn du das schaffst, wenn du das packst, bist du relativ schnell durch den Prozess durch. Dann brauchst du da nicht Jahre, Jahrzehnte mit verbringen. Am einfachsten geht das über Bewusstsein. Das habe ich immer und immer wieder gesagt. Wenn du aber nicht findest, dass das einfach ist, wenn du damit nichts anfangen kannst oder es nicht möchtest, kannst du auch diesen therapeutischen Weg gehen. Dann gehst du eben in jede einzelne Ego-Struktur. Dann gehst du eben in jede einzelne Angst. Dann gehst du eben in jedes einzelne Gefühl rein. Ist doch egal. Dann dauert das halt ein bisschen länger. Wenn du merkst, ich komme mit diesem Weg besser klar, dann mach das so. Wichtig ist, dass du jetzt erst mal anfängst zu unterscheiden. Okay, ich bin ein total emotionaler Mensch. Meine Emotionen kommen aufgrund meiner Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist das Ergebnis meiner Vergangenheit. Und mein Ego versucht mich eigentlich die ganze Zeit davon abzuhalten, meine Gefühle zu fühlen. Weil in einem Alter, wo ich noch sehr jung war, konnte ich das nicht. Und da dann in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, so, jetzt reicht es mir, jetzt kann ich es. Ich danke dir, liebes Ego, dass du mich jahrelang geschützt hast, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt gehe ich mal als erwachsene Person in mein gebrochenes Herz, in die Wut in meinem Hals, in die Übelkeit in meinem Bauch und nehme einfach mal gedankenlos wahr, was ich da jetzt zeigen möchte. Und du wirst sehen, es wird dir sofort besser gehen. Wo du eben noch geheult hast oder wütend warst, bist du auf einmal im Gefühl und relativ ruhig. Menschen, die wirklich Gefühle fühlen, sind in der Regel sehr ruhige Menschen. Emotionale Menschen sind in der Regel sehr laut. Die weinen in einer Natur oder sind ständig wütend, regen sich furchtbar auf über irgendwas oder jammern ganz furchtbar. Das sind emotionale Menschen. Gefühlsmenschen sind immer ruhig, entspannt. Die nehmen ihre jeweiligen Gefühle einfach wahr und lassen sie da sein. Da ist der gedankliche Widerstand des Egos nicht. Da ist dieses Vertrauen, ich halte das jeweilige Gefühl aus. Wenn du das noch nie gemacht hast, kannst du dir gerne Hilfe holen bei einem Coach, bei einem Therapeuten deiner Wahl. Die ersten 1-2 Male kann das schwierig sein, wirklich in die Gefühle reinzugehen, wenn du merkst, okay, ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich das jetzt richtig mache, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig wie, dann hol dir Hilfe. Oder wenn du merkst, okay, da ist aber irgendein Gefühl, wo ich wirklich den Eindruck habe, ich kann das nicht aushalten. Auch da hol dir gerne Hilfe. Erzwing das nicht. Wenn du merkst, dass du anfängst zu zittern und du merkst, ich kriege Panik, aufhören, unbedingt aufhören. Auch Situationen, wenn du irgendwas Schlimmes erlebt hast, irgendeinen Schocktrauma erlebt hast, geh da bitte nicht alleine rein. Da bitte ich dich wirklich um Eigenverantwortung und einfach um den gesunden Menschenverstand, dass du nicht in dein schlimmstes Kindheitstrauma alleine selbstständig abtauchst, sondern dir bitte da einfach mal Hilfe holst. Wenn du einen Coach nicht bezahlen kannst, du kannst auch zu einem Therapeuten gehen. Viele werden von der Krankenkasse auch bezahlt. Ich weiß, Plätze sind schwer zu kriegen, aber in dem Fall solltest du warten, bis du einen Platz bekommst. Geh bitte nicht selbstständig in so schlimme Gefühle rein, dass du eine Panikattacke bekommen könntest. Genau. Ich hoffe, es war klar. Ich hoffe, es war verständlich. Es ist meistens, wie gesagt, eines der ersten Dinge, die ich mit meinen Klienten bespreche, damit der Klient überhaupt dazu in der Lage ist, zu unterscheiden und sich selber zu helfen, damit wir überhaupt arbeiten können. Und dieses Video ist vor allem an all jene Menschen, die mit sich selber arbeiten möchten oder die jetzt diesen Impuls gebraucht haben, um sich jetzt Hilfe zu suchen. Weil so oder so, wenn du im Dualseem-Prozess bist, darfst du von Verstand ins Gefühl gehen. Und deine Emotionen werden immer durch den Verstand, durch den Ego-Verstand ausgelöst. Und ich hoffe, das war heute auch alles klar und verständlich. Wenn dir dieses Video geholfen hat, gefallen hat, würde ich mich natürlich jetzt wahnsinnig über ein Like freuen. Hinterlasse mir auch sehr, sehr gerne ein Abo. Wie gesagt, über wertschätzende E-Mails freue ich mich immer. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mich mit einer Spende auf PayPal unterstützen möchtest. In diesem Sinne ganz großes Danke von mir an dich und wir sehen uns hier ganz bald wieder. Bis dann. Vielen Dank.